90 Cent. Wie viel zahlen wir für unseren Einkauf? Auf dem Markt. Und dafür sind wir an den Markt am Maybach-Ufer in Berlin gefahren. Und hier gibt es einige Schätze zu finden. Und wie viel 2 Kilogramm Tomatenkosten, sagt euch der Verkäufer. Probierchen muss man natürlich immer mitnehmen. Alles gut. Wir haben die Frau gefragt, welcher Aufstrich denn am besten wäre. Alles. Schmeckt's dir? Total. Ja, letztendlich war das unser Einkauf. Ich kann gar nicht alles aufziehen. Hier habt ihr einen kleinen Überblick. Und insgesamt haben wir 17 Euro gezahlt.